hallo meine lieben ich dachte ich nehme euch mal wieder ein bisschen mit bei einem bild unboxing habe ich über das bild nicht gemacht deswegen würde ich erst mal damit anfangen euch das ein bisschen vorzustellen die steine habe ich bereits einsortiert und ja ich erzähle euch jetzt erstmal einfach was davon also als erstes ist es ein bild von bigmondo ich hatte euch ja in dem video gesagt in dem unboxing video wo ich die bigmondo bilder selber gekauft dabei einer privatperson also die ich abgekauft habe dass da ja verschiedene bilder von verschiedenen seiten von bigmondo dabei sein müssen weil das andere waren ja nicht so tolle bilder die werden vom anfang gewesen sein und deswegen wollte ich jetzt einfach mit euch mal ein bild machen damit ihr seht dass sich das echt weiterentwickelt hat bei der firma genau also ich habe mir jetzt den strand der sehnsucht dafür ausgesucht das ist ein bild von einer größe von 30 40 ich würde euch jetzt einfach mal durch der bild länge nach das bild zeigen genau wir haben gegossenen kleber und der ist immer wir haben eine legende hier an der seite mit 39 farben wir haben zusätzlich eine legende mit tollen bild viele wahrscheinlich relevant für den sticker maker ich habe keinen wir haben ein toolkit mit zweimal wachs stift mit squishy weiße schiffchen mit ausguss und einen mehrfach setzer vielleicht ist das hier sechs keine ahnung bei den quadratischen steine nehme ich selber keine mehrfach setze da komme ich überhaupt nicht klar ja aber das wüsste ja schon so ich habe mir jetzt einmal eine satbox und für die vielen steinchen meine medie becher genommen mir sieht die mc nummer dann habe ich die zwölf mit der zahl die da als nummer steht und die vier ist das praktisch das symbol ich habe das hier eingekreist damit ich weiß dass das die vier stil drauf steht auf dem bild und die zwölf halt die erste legende ist genau genau und auf die liste habt ihr dann auch die anzahl der steine bei diesem bild bin ich der meinung habe ich keinen ab doch hier unten steht abgestellung so die 318 das müsste das ist ein grau ein bisschen sieht das genau also wie gesagt sind eckige steine ich will mich ja nicht so weit aus dem fenster nehmen aber ich bin der meinung das harz steine sind oder was sagt ihr die 310 die habe ich das ist das ich mache das mal anders total oder die steine schon mal schnell also ich würde überhaupt nicht ein harz steine ich bin auch der meinung dass das bei pigment alles harz steine sind ich sag das jetzt einfach mal so weil ich hier nirgends so wie heißt so ein loch sehr jetzt seht ihr dass das nichts mit loch das war jetzt nicht klug von mir was sind immer wieder kleine unfälle dann fehlt noch so eine maschine da so ein steine sauer hier ist noch eins aber der hätte mir so nicht so genau also so jetzt müsste ich sauber haben genau genau ich schreibe mir immer so kleine zettelchen dazu dass ich das weiß ja und ich habe so eine blöde macke ich mache dann so dreieck oder irgendeine anderen figuren draus aus den zetteln dass es ein bisschen toller aussieht nachher vorher war nach der pokémon bei meinem sohn drin das pokémon bild genau so habe ich jetzt was vergessen nicht wahr ich habe noch ein stein gefunden seht ihr das gibt es doch gar nicht so eine sauerei so ich würde jetzt mit euch eine kleine ecke pinden ich weiß nur noch nicht wie ich diesmal pinte farbe für farbe aber ich glaube das bringt mir hier gar nichts ich könnte natürlich diesen großen bereich hier aber das schaffe ich ähnlich mit immer das ist bei mir nicht möglich ich ziehe hier mal ein strich rüber nach ich weiß auch nicht schade dass er nicht antworten sind ich teil mir jetzt einfach erst mal mein bild ein messer das mache ich schnell ohne euch oder im speed das weiß ich noch nicht jedenfalls werde ich jetzt erst mal dass meine folie ein bisschen einschneiden das mache ich immer in so teile also egal ob ich das jetzt ähm na farbe für farbe pinte oder ob ich das kästchen für kästchen pinte weil wenn ich es farbe für farbe pinte dann kann ich immer nur ein stück folie umschlagen muss ich die ganze folie umschlagen hin und her sondern immer nur ein stückchen das hat mir bei dem ein bild auch gut gefallen und deswegen werde ich das auch so weitermachen deswegen sage ich mal kurz tschüss und wir sehen uns gleich wieder so jetzt muss ich erst mal wieder hinrichten hier oh gott ne was ist denn das für hässliches wort erstmal hinstellen die speed sind jetzt erstmal beendet und jetzt wollte ich noch ein bisschen mit euch quatschen aber nur ganz kurz und euch mal zeigen wie die steine kleben ich musste nur erstmal gucken wie ich euch denn stelle hier so richtig komme ich nämlich damit auch noch nichts zurecht wie ich euch jetzt beim peinen weil wenn ich jetzt hier pein das seht ihr das ja gar nicht so richtig habe ich davon noch keine Ahnung aber das geht jetzt erstmal nicht anders ich könnte euch natürlich noch ein Stück rüber holen ja zack 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 wenn man so peinen das geht ich nehme euch dann nur ganz einfaches weißes schiffchen erst mal weil ich habe ja doch ganz schön viel konfetti so jetzt muss ich mir erst mal schnell noch ein vorhinhalter raussuchen ich hab's oder süße hieschen und dann lieben heidi so also ich habe mich entschieden wie ich pinte ich werde ausschnitt für ausschnitt farbe für farbe pinden war das verständlich naja man schon mit meinem deutsch also das ist so viel konfetti irgendwie fürchte ich mich gerade ich werde ich habe jetzt zurecht geschnitten wie ihr gesehen habt und meine schön washi tape geklebt konnte ich ein schmaleres nehmen weil das allein nicht so weit war das wünsche ich mal schön und werde jetzt anfangen zu binden jetzt überlege ich nur gerade welche farbe ich nehme wie weit geht das hier runter ich weiß nicht was ich von der farbe nehmen soll hier habe ich hier noch nicht richtig das gefällt mir noch nicht so weit da fange ich jetzt einfach mal aber wenn ich jetzt kleine annehmen doch jetzt auch noch kleines arm ich nehme jetzt mal das kleine arm jetzt haben wir ja hier unsere liste das kleine 24 ich habe gerade kekse gegessen liebe ja kekse und süßkram und da habe ich wieder gedacht ist ja typisch ich ist das für euch auch so wenn ich habe das ist eine packung kekse ja das sind so vier vier felder und in jeden vier felder so sieht das aus zeige euch das mal die sind so lecker und in diesen vier feldern und wenn ich mir überlegen wie stiftige oben nehmen ach wisst ihr ich hab lange meinen schwanz flossen für stift nicht genau wie ich ja eigentlich das müssen wir noch einen wachs nehmen von wachs nehmen von wachs ich nehme heute 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 was passten hier so schön zum strand zum strand das machen am strand jemand immer zippern ist eher weihnachten strand am strand dann immer doch butterfly oder das passt das habe ich doch schon oft gehabt jetzt finde ich den ersten mal ich lege ja sowieso erst mal mit pink setzte und das da schon vorgefüllt das nehme ich von der pink sette meine schwarzen was wollte ich euch sagen daher wegen dem keks ist das ist das bei euch auch so dass ihr wenn ihr also ja wie gesagt sind dafür solche felder mit keksen und ich dachte euch jetzt ist der weg geschnäpster stein und dann dachte ich mir so näher erst mal noch zwei kekse muss es ja nicht übertreiben und dann war da aber kloppt bei mir aber ein noch ein also es waren drei in dieser in diesem fach in dieser fläche ja ja ich kann dann den einen keks da nicht drin lassen ich muss ich muss dann noch einen keks essen das geht gar nicht anders kennt ihr das macht ihr das auch so also ich bin da unmöglich irgendwie mit dem penden hier klebfest ist das noch nicht so das wahre wie ich das hier machen mit der kamera also wie ihr seht die kleben einwandfrei eigentlich hätte ich mit euch mal eine fläche büste was wir machen das jetzt anders ich hole mir jetzt das haar raus finden wir das haben nachher das weiter 310 und dann gucken wir mal wie die liegen und dann ich hoffe nur dass ich das irgendwie hinkriege ich habe mir die jetzt hier aus bild gestellt aber irgendwie komme ich damit nicht zurecht die ersten steinchen gelegt und ich bin ja so ein schachbrett muster leger so das gefällt mir nicht so richtig ja ja ich schwafel da so ein bisschen vor mir hin jedenfalls mit den keksen ja blödes thema ich weiß aber ich fand das gerade so lustig als ich mir die rausgenommen dachte ich muss ich euch gleich mal fragen macht ihr das auch so wenn dann noch nur noch einer drin wäre das das geht gar nicht bei mir ich muss den dann mit essen also ich kann den dann nicht da da alleine drinnen lassen das ist immer so dass gummibärchen sind oder so ach ich esse mal jetzt ein paar gummibärchen ach da ist noch eins ach Mist jetzt ist es auch egal jetzt kann ich auch alle essen die paar lass ich jetzt nicht drin so ne such auf Arbeit ich will mal so eine kleine schüssel stehen da kommen die kollegen und greifen mal rein und dann denke ich ach nimmst du jetzt wohl noch drei und beim feierabend dann ach ja sind ja nur noch zwei drin ach die lässt jetzt nicht drin die ist jetzt noch wo müssen sie eh hart irgendwie ne so also ja da bin ich ein bisschen blöd wahrscheinlich keine Ahnung aber naja wenn das in die Wiener wäre das wäre mir egal also da bin ich ja noch nicht so scharf drauf ist der Stein hier weg ne finde ich dann wieder aber wenn es um die Gummibärchen geht oh ne oder um Schokolade Schokolade geht eigentlich noch aber Gummibärchen, Kekse, Waffeln das ist alles so meins Kuchen ich kann mich dann immer nicht zurückhalten wenn es Kuchen gibt aber das war schon als Kind so so jetzt haben wir hier ein paar Staunchen jetzt fülle ich das auf und dann könnte ich auch ich muss mal gucken ob mein Leitpad angeschlossen ist weil mein Mann das Kabel zweckentfremdet hat also ihr seht die rutschen super rein kann mich da jetzt nicht beschweren und müsste Angst haben dass die sich jetzt dass die jetzt ploppen so von Weitem her sehe ich jetzt auch keine Lücken bei dem Schwarz sieht man die eh nicht wirklich ich habe ja schon Pigmando Bilder gemacht jetzt lebt er wohl nicht mehr äh doch jetzt ich war bisher immer zufrieden also ich kann euch nicht sagen dass ich irgendein Bild gehabt hätte wo die Steine blöd waren oder wo der Kleber nicht gut war bisher war bei mir alles super von denen aktuellen Bilder also seit ungefähr einem Jahr bestelle ich ja da und hatte da bisher nie, nie, nie Probleme ich habe ja auch noch unser Familienbild in 80x80 da liegen ja das hatte ich mich glaube ich übertroffen ich werde schauen ich will es eigentlich dieses Jahr anfangen aber ich habe so viele Bilder hier liegen kleinere wo ich mir denke oh die sind viel schneller fertig und ich bin immer so ein Typ ich will das dann aber auch fertig haben und ich will nicht drei anfangen und dann liegen da drei und ich will es immer verschrecken nicht welches ich machen soll und wie macht ihr das? also ich komme da eigentlich immer nur zurecht also ich habe ich habe schon mal zwei angefangen gehabt ja aber irgendwie bin ich dann trotzdem an einem hängen geblieben und habe auch nur das eine gemacht und dann doch wieder das andere zur Seite gelegt so jetzt schiebe ich mich ein Stück rüber um selber mal zu gucken das ist alles schön soweit gerade also wie ihr seht ich kann auch noch ein bisschen rücken aber nicht so viel so ja das kann ich mir noch nicht ja das war jetzt wirklich hier drin das Stift so ja ich bin nicht eigentlich würde ich sagen so weit zufrieden ah hier ist noch ein bisschen tief naja egal bin eh nicht so der genaue Painter so sagen wir das mal ich will das mal ach wie die kleiften wie die kleiften wie die funkeln seht ihr das? so jetzt gucken wir mal hier ah hier ist das Kabel ich habe es gesehen jetzt haben wir uns mal das Leitbeton so das Kabelage das hat mir mein Mann zur Weihnachten geschenkt toll oder mit unseren Stecker reinstecken oh je die habe ich ja schiefgelegt also ne das ist mir jetzt schon ein bisschen peinlich aber wie gesagt ich habe jetzt mit dem ich schiebe mir die mal noch ein bisschen zurecht ich habe jetzt mit dem Stativ hier drauf das hat mir noch nicht so richtig gefallen gepeintet wartet mal schiebe mal da bin ich irgendwie nicht so recht zurecht gekommen und deswegen habe ich auch nicht gesehen wie schief ich gemacht habe das gefällt mir natürlich nicht so jetzt müssen wir noch ein bisschen zurecht schippen also bei manchen Bettern geht das gar nicht also wie ihr seht wenn ich es noch mal ein bisschen gerade zuppe dann sieht das doch super aus oder? ich kann mich da eigentlich nicht beschweren wenn ich das Licht ausmache sehe ich die Rennen sowieso nicht Sinn und Zweck ja so so sieht es doch gut aus oder was sagt ihr? wenn ich durch die Kamera gucke sind die Rillen wahnsinnig groß ich aber jetzt aufs Bild gucke sieht das überhaupt nicht so schlimm aus na das ist ja doof ich habe ja wirklich kaum Rillen wenn ich jetzt so drauf gucke das ist ja komisch das sieht ja schlimmer aus wenn ich durch die Kamera gucke aber wenn ich so drauf gucke ist das nicht halb so schlimm ich mache es wieder aus da sehe ich da gar nichts also wie gesagt ich sehe hier nichts das ist ja jetzt merkwürdig hm wisst ihr was wir noch machen könnten? ich nehme jetzt mal schnell das Schiffchen und pinte mal da habe ich jetzt mal eine helle Stelle wir machen jetzt mal was mal auf das ist mein Magnet hier brodeln wir jetzt hier rüber wir pinden mal und wir pinden mal dieses hier wartet mal ich gucke mal schnell was es ist das geht gleich weiter ich suche jetzt bloß mal schnell die Farbe die ist sogar hier drin mal sehen wie es da aussieht so ist meine Pixelle was habe ich jetzt gesagt? den Pfeil wisst ihr was? ich mache euch mal kurz aus ich pinte das mal fix fertig ich mache euch auch nicht in Speed das wird mir dann zu lang das Video ich mache euch kurz aus setze die so weit wie es mir geht gerade weil das mir jetzt irgendwie komisch ist hier ich komme schon wieder schief also von daher ich mache euch mal schnell aus ihr seid gleich wieder dabei okay? bis gleich so meine Lieben jetzt nochmal ein kurzes Update zum Schluss jetzt hängt mein Handy hier irgendwie schief drin so es geht nein ich halte es ein bisschen fest so also ihr seht ich habe jetzt ein paar helle Steine gelegt hier war noch die dunklen ich halte das Lightpad schon mal an und ich bin jetzt echt gespannt ich sehe fast keine Lücken es ist ganz 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 minimal also so sehe ich gar nichts ich kann es nicht mal wieder das ist eigentlich fast nichts zu sehen wenn ich das Lightpad an habe sieht man wieder Lücken und jetzt bin ich gespannt also ganz minimal jetzt bin ich gespannt wie das aussieht wenn es durch die Kamera jetzt sieht das wieder mehr aus wenn ich nämlich ohne Lightpad ne Quatsch ohne Kamera gucke dann sind die Lücken viel kleiner und wenn ich mit durch die Kamera durchschaue sind die Lücken größer warum auch immer jedenfalls muss ich euch sagen wenn das Lightpad aus ist und die Kamera aus ist sehe ich eigentlich nichts und das ist das was ich meine also bei Pigmondo ich bin da voll und ganz zufrieden die Steine legen sich super ich kann die auch noch minimal verrücken wenn die ein bisschen schief sind das macht der Kleber mit bei manchen Klebern da geht das ja gar nicht aber ich bin froh hier geht das genau so und das war jetzt mein Fazit zu dem Bild was ich euch zeigen wollte damit ihr seht das Pigmondo doch eigentlich recht gut ist also ich bin da voll und ganz zufrieden ich bin gespannt wie das Bild fertig aussieht das dauert jetzt aber noch ein Weiß mal sehen wie ich zum Painten komme und wir werden sehen ich weiß noch nicht ob ich da eine Review mache mal schauen vielleicht mal schauen mal gucken ich würde mich jetzt von euch verabschieden und ich hoffe euch hat dieser kleine Einblick gefallen dieses Mischmasch Video und ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend je nachdem wenn ihr das Video schaut wenn euch das Video gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar und oder und über ein Abo freue ich mich natürlich auch und vergesst dabei die Glocke nicht damit ihr immer Bescheid bekommt oder eine Nachricht bekommt wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe und jetzt sage ich euch Tschüss passt euch auf bis zum nächsten Mal